Eine für alle und alle für Deutsch. Das ist ein Gruppenkurs mit Maximum 6 Personen. Der Unterrichtsort ist frei wählbar und die Lektion dauert 60 Minuten. Gruppenlektionen werden genau auf die individuellen Bedürfnisse der kleinen Gruppe abgestimmt. Sie können sich direkt als Gruppe anmelden. Der Unterricht kann auch via Skype stattfinden. Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Bis bald!